So Leute, heute Morgen ist die Lieferung vom Post gegeben. Kleine Klasse 1 Bestellung angekommen. Da schauen wir mal rein. Zuerst mal wieder Müll. Müll. So, da haben wir 2x Blitzkrieger. Kleine Fontäne. 2x Nico Silberwirbel. 2x Leslie Fleshing Demon. 2x Veko Geisterfeuer. 2x Keller Leuchttaler. Auf die bin ich mal spannend. Das erste Mal. Naja. Keller Powerballs finde ich eigentlich recht klasse. Kometenknaller von Panda. Mal einen Test machen zwischen den von Veko. 2x Keller Flächleit. 2x Keller Flächleit. utman,gerjet falct 2017 2x strangely Und dann haben wir noch den Klavautermann. Die finde ich echt klasse. Meteoriten von Keviko, da kommt auf jeden Fall noch ein Vergleich von Panda noch. Zweimal Nico Feuerspucker. Schöne bunte Sterne. Jetzt geht's. Knatter Artikel. Mal probieren. Magic Spinball von Panda. Niko Summer Fountains. Diesmal ohne Vulkane. Bisher waren sie immer dabei. Fontaine sind auch echt klasse. Und eine kleine Rarität. Feuer Wirbelsprungrad. Ich bin mal gespannt, ob die auch wirklich so gut springen in den meisten Videos. Brauchen wir mal testen. So. Das war's eigentlich. Ja. Bild kommt dann später. Ja. 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 Ja.